Hallo Leute, willkommen zurück. Wir spielen weiter Hexen mit Minecraft. Alles klar mit Spider-Kill? Gut. Dann geht's weiter. Wir searchen noch nach Sachen. Nach Skeletten und so. Nach Knochenerz. Aber okay, auch das muss sein. Und wie es aussieht, habe ich euch dann ernsthaft voll verliegen gelassen. Beim letzten Versuch. Jetzt eigentlich hier hinten auch weiter. Würde ich gerne mal wissen. Oder? Hallo? Nein, hier geht's nicht weiter. Das war mal wieder voll logisch. So, okay. Ey, spinn jetzt. Ey, die Dinger sind doch nervig, Alter. Ja. So, wow. Lava. Lava. Moorlava, oder wie man das nennt. Hätte mal irgend so ein hästlicher Teil gestellt hier. War einfach eine Spitzhacke. Und bauen die Dingsbums ab. Was, ich hab erst mein erstes Gold. Verarschen, Minecraft. Will das kleine Spielchen mich etwa rein. Spinne halt, die Fresse. Habe das Fresse, Spider. Oder ich, oder ich, oder ich, oder ich, oder ich stopf hier die. Spinne, ich stopf, vergleich deine Klackvollzähler. Ja. Ah, da bist du ja. 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 Bewusst, Alter. Bewusst, Alter. Bewusst, ich bin. Ja. Nichts so entschuldig. Ich bin hier, Mensch. Juhi, guck da mal. Blöde Tier, ey. Ein Silly Animal. Ein Silly Animal. Und dann ist alles toll. Hatte ich mal mehr nix draus. Wer später sind drin. Jut. 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 Wir searchen weiter. In Minecraft Wunderland. Was eigentlich so gar nicht so wundervoll dasteht. Gucken wir mal hier. Eee. Wasserstress nicht rum. Jut. 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 Genau. Wir sind wieder am Arsch der Welt, am Anfang. Das passt mir so gern nicht. Aber, okay. Dann besparen wir uns mal den kurzen Weg und gehen nennens zurück. Über die Lava drüber. Sammeln das Lapis Lazuli ein. Daraus kann man sich wieder schöne Mineralblöcke erstellen. Und wie jeder weiß, ich mag Mineralblöcke. So, gut. Okay. Niu, niu, weiter geht's. Oh, seltenes Erd, geil. Sondern wir gleich mal ohne Problem sein. Okay. So, finde ich das schon mal völlig korrekt. So. Auch diese Teile sammeln wir ein. Du verkuss dich, du komische Ding. Gut. Soll sich von, soll sich von Dix Bums machen. So. Alles klar. Spinn-Netz, hau ab. Verkuss dich, Spinn-Netz. Gut. Zwei Lackier muss immer alles abneigen. Nicht wahr? Wenn es ein bisschen mehr Zeit kommt, dann ist es gleich wieder viel zu viel. Typisch SGT. Typisch. Wer braucht schon Erde, Leute. Wer braucht das schon? Ich nicht. Gut. Jetzt noch ein seltenes Item. Einsammeln. Dafür schmeißen wir das hier weg. Hey. Ich wollte... Mensch. Fucking roten Flasher. Gut. Okay. Dann geht's weiter nach unten. Ach, ey. Ich spinne jetzt kurz ihn aber auch an, ey. Heute noch. Sonst kommt das Schwert. Dann bist du weggeschwertet. Dann bist du weggeschwertet. Dann bist du weggeschwertet. So. Aber... Ich habe bewusst, dass hier mehr von den Storys noch so viel ist. Also ich hätte es mir denken können. So. Gut. Wie gesagt. Alles absearchen nach wichtigen Sachen. Weil... Wir haben ja wieder extra viel von. Gut. 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 Den nach beleckenen Bogen brauche ich nicht. Wollen wir mal neun von machen. Gut. Alter. Hier sind überall sätene Erze. Geil. Jum. Jum. Okay. Ja. Hier ist auch wieder was. So. Okay. Weil jetzt sind wir wirklich reich an Erzen. Das finde ich schon mal. So richtig einladend. Weil in diesem Part würde ich gerne in meinen Haus ein bisschen bauen. Aber dafür würde ich jetzt mal alles zusammen serpchen. So. Was ist hier unten. Ja. Seltene Erze. Warte mal. Wasser. Werde ich mir ganz kurz dämmen. Moment. Gut. Ich würde nämlich hier haben. Das hier. Genau. Das hier will ich haben. So. Ja. Das war kurz dämmen. Der scheiß sauber trank. Mensch. Ja. Moment. Dass man keinen Stack davon sammeln kann. Ey. Willst mich verarschen. Danke. Danke. Dass du mir das noch erhalten lassen hast. So. Mhm. Jetzt schmeißen wir das weg. Und wir schmeißen die Schienen weg. Gut. Dann kann es ja problemlos weiter gehen. Okay. Gut. So. Jetzt kann das Wasser meinetwegen wieder lang fließen. Meinetwegen. Wegen meine. So. Okay. Hier geht es noch mit Janis. Anderes Erz. Das werden wir uns ebenfalls ergattern. Da wird nicht rum gemilkelt. Das kommt mit drin. Ach. Gut. Und Quanto nun doch auch mit. Wenn das so nicht so heißt. Gut. Und ich schlafe mal den Scheiße kaputt. Wenn man so gesagt alles mitnehmen. Gut. Okay. So spinnets. Jetzt. Du kannst dich ja auch abkuschen. Alter. Tschüss. Brauch keiner. Weg damit. He. Dankeschön. Immer recht herzlichen Dank an diese schöne Items. Und hier ist irgendwo ein neuer mal kluges Skelett. Wo wir sind. Der sieht mich aber noch nicht. Wenn wir ganz schnell wissen was hier drin ist. Gut. Ach. Und drinnen bleiben. Schenke ich euch. He. Ihr Monsters. Das schenke ich euch. Da muss der scheiß Creeper hin. Hallo mein Freund. Oh. Wow. Leute. Ich habe im Angriff den Creeper geowned. Richtig episch. Okay. Oh. Guck mal. Ich habe immer freigegraben. Danke. Danke. Danke Creeper. Finde ich nett von dir. Dass du mir das freigegebst. Cool. Wow. Die sind doch auch nett ey. Die kramen auch sehr viel Ärzte für mich frei. Das finde ich. Das ist doch richtig geil. Jo. Danke lieber Creeper. Das finde ich gut von dir. Manja. Du kannst ja nochmal hoch gehen. Das ist mir egal. Wenn du meine Ärzte hier gibst. Das ist alles geil. Autsch. Okay. Leute. Ich habe sowieso Item incidental voll. Ja. Was denn dann immer glücklich. Okay. Mal sehen wir es. Weil es ergattert haben. Wir werten jetzt aus. Hä. Wo ist mein Haus. Ey. Bitte wo ist. Gott sei Dank. Die Grafständer sagen. Ich bin zu Hause. Ja. Die Grafständer sagen. Alles. Genau. Stimmt ja auch manchmal. Ja. Okay. So. Mal sehen. Was haben wir alles. Wir haben 23 Eisen. Wir haben 5 Aluminium. 11 Gold. Okay. Das war jetzt falsch von mir. Das war jetzt ein bisschen falsch durchdacht. Gut. Quantum. Das hier. Das. Und das. Und die Büsche sind auch immer gut anbrauchbar. Wie geht es das erste Mal. Okay. Okay. Wir haben 23 Sin. Wow. Und wir haben 11 Aluminium. Wir haben nochmal 8 Gold. Haben nochmal 12 Kupfer. Und haben nochmal das hier 3 Mal. Gut. Ist auch was anderes. Oder ist Kupfer, Aluminium, Sin, Eisen. Ja. Okay. Ich guck mal 11 Minuten ich auch gebraucht habe. So. Was sind das? Hello Riten Boots. Die sind sogar. Sind sogar noch. Noch unaufgebraucht. Oder nicht verwendet. Die kommen hier mit drin. So. So. Das kommt auch mit drin. Das können wir für irgendwann irgendwann verwenden. Ähm. Oh. Wir haben sogar noch sehr viele Dinger hier. Ähm. Aluminium Beeren haben wir auch. Gut. Ja. So. Okay. Wir haben ja schon mal ein Schild mit Inventar voller Ärzte. Was ist das hier? Tested like creeper. Alles klar. Gut. Aber Leute. Ich bin noch nicht genügend da. Immer noch nicht genügend. Ich geh nochmal im Cave. Nur als Info. So. Ich will so mehr Sachen. Ich bin noch nicht die Kirche irgendwie danach. Aber ne. Ich bleib doch eine Oberfläche. Ja. Bloß erstmal die Wichtige lagern. Jut. Wenn's nachts ist geh ich in Cave. Wenn Tag ist. Bleib ich oben. Was sagt die Sonne? So. Wir sagen uns das wird noch. Das erwarten wir uns nochmal in Cave. Weil. Sonst muss ich irgendwie ne Kiste herstellen. Und ich hol einfach auch una aus dem Inventar. Aus dem Kreativ Inventar. So. Da ist es aber mit Inventar. Ich hol mal eine. Moment mal. Eine Kiste. Truhe heißt die. So eine normale Truhe, gut, ok, perfekt, also hier ist mein Inventar ja schon wieder voll bis zum Multimoor, die anderen Sachen benötigen wir ja irgendwie auch, für irgendwas mal, so, ok, so, wir gehen auf neue Abenteuer und werden uns diesmal woanders was anzerrschen, denn nachts zu bauen lohnt sich sowieso nicht liebe Leute, das wisst jeder, deshalb fahren wir uns mal nach Norden oder wo wir auch immer hingehen, ja, gut, ok, ja, sehr schön, ja, wir gehen jetzt einfach nach nördlicher Richtung oder nach wo immer hin, kann man, das war jetzt mal den Schneeblock hier, muss er irgendwie nach oben kommen, gut, ok, sehr schön, weiter geht's, aber ein Schneebium haben sie wirklich irgendwie richtig interessant erstellt, ja, und dazu sage ich ne Hut ab, gut, jetzt hörst uns mal von Neut was, das waren ja keine Monster, gut, gut, und da hinten sieht aus, als wäre da ein Dorf, hinter der, hinter, hier noch hinter der Kirche, ja, gut, ok, bin ich irgendwo auch abgekribbelt, das, weiß ich noch, ja, hier, hier ist er, alter, wie lange das halten bleibt, ey, da voll crazy, dann gehen wir mal kurz ins Dorf, ok, das ist ein Dorf, jetzt ist keine Zombiesiedlung, ist mir aber erst Pro wie Contra, also eigentlich scheiße, ja, ja, ich fühle mich so wie im braunen Fleck da hinten, so, Problem ist, hier muss ich auch alles erst mal generieren, ach nö, ernsthaft, das Cobblestone, ey, ne, das glaube ich erst mal in einen Augen nicht, hier ist einfach nur irgendwas, aber ok, dann gucken wir uns mal weiter um, Irgendwo wird schon was interessantes sein, hier searchen und searchen und searchen und searchen, Schen, soo, ah, muestuelu, ma tsum, und..., das muss doch hier ein Cave sein, nein, das war automatisch ein Reinfall hier, Automatisch, gucken wir uns mal weiter um, ok das backt jetzt ganz schön, das ist aber egal, ich ignorier uns noch, fressen einfach, ich war wirklich froh sein, dass kein Wolf in mir ist, sonst werden die auch alle tot, irgendwas hat dann echt hässliches Röschmann sich gegeben, hm, also ihr seht, ich search nach dem Cave, ja, jetzt ohne Scheiß, ich suche nach dem Cave und fällt mir wieder nichts, ist er wieder voll, scheiße, logisch, alter, was ist hier irgendwas, bloß so ein scheiß See oder was, ach Himmelsherrsch und Zwirn, ey man, findet man wieder ja nicht, das gefällt mir immer so ja nicht, also schön finde ich das nicht, ne, ne, dann grabbe ich einfach nach unten und man wird sich schon was anfinden, gut, ich grabbe mich jetzt gleich von 3 nach unten, irgendwann kommt schon was, Schaf halt immer die Fresse, ey, so, gut, ich grabbe ich jetzt hier nach unten und wann wird sich schon was anfinden, ja, ich hab jetzt einfach, wie gesagt, die Faxen dich, dass ich nix finden tue, dann baue ich mir den Weg selber, selber nach unten, ich sag euch wann Cave kommt, Skiller hat immer die Fresse, ey, das ja nicht unterstützieren, ey, ich bin sowieso in der Graben, gut, okay, einfach nur nach unten, und dann findet sich schon irgendwas an hier, Scheiß Kies, brauchen wir nicht, auch Kies sehr oft zu nerven, Mensch, das würde dem nicht sein, alter, ja, Schaufelmist, wie gesagt, die Search, ihr könnt euch mit, mit zeigen, womit mal, wär nicht so sein, in, in, so, okay, gut, und so, dann setzchen wir mal gemeinsam, wie gesagt, ich hab jetzt keinen Bock sich hier, aber, okay, manche Idioten graben sich so schreckt nach unten, und hier ist nur Schaufel, Kacke, ey, das ist das immer so ja nicht weil das so viel Zelt auf braucht. Ich bin mir nicht mehr so bequem um eine Schaufel zu machen. Ja. Einfach nur hier scheiß Erde, das braucht keiner. Auch wahrscheinlich unklugscheißer oder so. Gut. Ok. Weiter geht's nach unten, weiter geht's nach unten. Wir graben uns jetzt bis zum Bettrock. Wir graben uns jetzt bis zum Bettrock nach unten. Irgendwann kommt schon was. Und dann werden wir schon noch Glück haben und finden was gut ist. Gut. Irgendwann kommt schon mit, ähm, mit hier. Eigentlich schon wieder Schaufelkacke. Hör doch auf, Alter. Und hier ist irgendwo Wasser. Jetzt nicht abstürzen, das wär echt scheiße. Moment. Wie gesagt, wir werden das Cave schon entgegenkommen. Das wird sich hier schon irgendwo anfinden. Problem ist, dass wir mit den Scheiß, ähm, Geräuschen sind fünf, sieben Blöcke entfernt. Das ist ja der Mist. Das kann ihm ja nicht leid, wenn die Räuche so weit entfernt sind. Das finde ich ein bisschen dumm, muss ich sagen. So hellrisch ist man, so hellrisch ist man eigentlich auch nicht. Ja. Tö, und Lava. Na, danke. Lava brauchen wir grad nicht, liebe Zuschauer. So. Hm. Ne, wir brauchen keine Lava. Die tötet uns, die tötet uns bloß. Ja, es leckt, weil ich eben alles generieren lässt. Fünfzehn Blöcke ist der Wahnsinn. Das war doch irgendwo noch, irgendwo noch das Geräusch. Ja, jetzt ist es wieder weiter weg. Fahren wir uns mal hier rein. Oben kann das glaub ich nicht sein, wenn ich grad irgendwie von oben nochmal rin. Ach, hier ist es. Oh ey, schlechtes Legging. Gut. Ey, ernsthaft. Lass mich bitte noch Fläche zum Laufen übrig. Geil, haut hin. Gut. Wir haben uns jetzt drum rum. Und das kötert wieder hier. Sehr nicht lecken, immer Hunde lecken. Warum, warum das sage ich, wie ich sie auch nicht? Hunde lecken oder so, ist mir auch egal. Einfach die scheiß Lava hier umgehen. Ja, Lava bin ich ja kein Freund von, ey. Ich hab mit Lava so selten gearbeitet, denn so als erstes selten MRP, weil, in meinen Augen, Lava war einfach todesschrottes, ja. Einfach nur das, das ist die Trash. Ja. Ach ey. Willst du nicht wegen ein paar geleckte Hunde hier abbrechen, ey. Ja. Gut. Okay, können wir das hier abbauen? Ach, ernsthaft? Die bringen nur, bringen nur Glauße und Last? Also schön finde ich das nicht, ne. Dass sie nur Glauße und Schrott bringen. Wie kann man diese Pilze abbauen, ja. Oder wie kann man die farmen? Das werde ich aber noch herausfinden. Ihr könnt ja immer nutzverzahlbar ne Schere nehmen. Ich nehm aber, wie ihr sagt, ist ja bloß das Eisen. S-C-V-E. Ich probier's jetzt einfach mal. So. Gut. Ändern wir auf Nachtsichtung, den brauchen wir nämlich dringend. Tee. Trink nochmal schnell. Och ey. Komm, Maker hin. So viel, dass uns dann ein Hackfressen hier ankommen. So. Okay. Gut. Dann können wir es jetzt abbauen. Ja, jetzt können wir es abbauen. Geile Sache. Gut. Weil die Pilze würde ich gerne bei mir farmen. Ja. Jetzt wäre nämlich geil die Dinger. Gut. Dann weiß ich ja schon mal, was weiter geht. Hier oben sind Diamanten. Gleich mit einstecken. Gut. Okay. Na alles nachprüfen. Gut. Ja, ich habe jetzt manche Wertvolle die Dinger stehen lassen, aber ich finde die Pilze einfach so Hammer. Ja. Doch die löschen im Dunkeln, wenn ich jetzt richtig fliege. Dann würde ich mir damit mal so ein kleine Zimmerchen in Umfang kraften. Oder stellen. Seit Jahren und Part lang gerätselt, wie die hier noch ein tun. Aber okay. Gut. So. Einen lassen wir jetzt. Okay, da sind acht dann immer mal mit. Acht sind immer gut, weil Achterstack ist immer gut. Da kann man viel von machen. Gut. Okay. Wenn ich trage, machen wir uns gleich noch tiefer, wenn wir jetzt nichts mehr finden. Gut. Okay. Sehr schön. Das sieht aber nicht so aus. Ne. Oder? Da oben ist noch was. Geht mal schnell nach oben. So. Voll erschrocken, Alter. Zombie. Gib nicht an, Alter. Angeben ist nie gut. Da kriegst du nur Dislikes. Weil das wollen die wahrscheinlich gar nicht kapieren. Also wenn deren Zombie runterkommen ist. Glaube ich. Müsste da. Oh. Müsste weiter gehen. So was warten. Wiss ich nachgetankt hab. Weil eben Creeper da oben ist. Gut.